So, sind wir wieder. Jo, hallo. Wo bist du da? Was machst du da? Hä, wie bist du da reingekommen? Ich bin ein Ninja. Wer hat dich raus? War es Tengus? Tengus hat das gemacht. Ich weiß, dass er das gemacht hat. Niemand hat diese Kreaturen aufgrund geöffnet. Sie wollen sie, um dich zu zerstören. Ich mag komplizierte Lösungen. Ich erinnere mich an das hier. Da habe ich letztes Mal schon keine Ahnung mehr. Habe ich nie mehr, glaube ich, rausgefunden. So, jetzt gehen wir zur Extraktion. Ah, Sir. Das war lustig. Ja, steht der Depp einfach rum. Luke, noch was gefunden? Nein, ein Ausgang wäre ganz schön zu finden. Luke, hier lang. Hier da, links. Warte mal. Ja. Was ist da? Hier, hier. Geh lang. Interessant. Hallo, Schatz. Ja. Sieht gut aus. Haha. Wow. Wah! Oh. Äh. Okay, gehen wir Extraction. Ja. Mal mal. Was machst du denn hier, Junge? Wahrscheinlich rumsitzen, oder? Ist bei dir auch einer einfach rumgesessen? Wie blöd. Ja. 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 Offenbar, Magbal. Wenn die grad nichts zu tun haben. Halten sie es für eine gute Idee, einfach rumzusitzen und einem potenziellen Eindringling aufzulauern. Da oben ist was. Hallo, Level 6, äh. Heidi. Nee. Hm. Glaubst du nicht hier lang, oder? Doch. Nee. Ach, aber wir können Loot. Ich glaube eigentlich schon. Wie wird's hier weitergehen? Ah! Ich seh's. Hier geht's lang. Oder hier. Oder ist hier nichts. Hier. Da oben ist, äh. Ja. Hier. Ja. Oder hier. Zwei Wege, selbe Ort. Nicht schlecht. Offene Spielwelts, ja. Huh. Kommen. Okay. Das ist nass hier. Robotik. Spiel das irgendwo. Ah, hier. Steuermodule. Hä, bei mir war's n... Ja, ja. Ah, hier. Okay. Okay. Okay, normal. Und diesmal mit Eleganz. Wie, wir haben's geschafft. Another job well executed. Ah, wir machen nur nur unseren Job hier. Ah, wir machen nur nur unseren Job hier. Gesam... Gesamtes Endo. Fünfzehn. Geräte ohne... Oxio. Steremodule. Profide. Ja, ja. Ja, ja. Das... War... Erfolg. Okay. Okay, begibt sich mit dem Knoten. Wo ist dieser Knoten denn? Der Knoten? Das ist eine berühmte... Schwarz... Anomalie... Irgendwo hier in diesem... Sonnensystem. Und was auch los. Die Tedos sind offenbar... Menschen. Oder... Armen. Also sie sind... Homanoide, keine Frage. Aber... Offenbar sind sie Menschen. Durch beide... Ordner steinbar sind sie aber nichtла. Ah, ich... Ja, ich äh... Mach doch eine kleine Herausforderung. Für mich ist das Zeit fürs Ablassen... Ok, tschüss. Tschüss... Und die Frage bleibt... Wo ist hier? Wie kann ich... wie kann ich die Allianz verlassen? Wo ist hier...? Und meine Frage ist, wie kann ich jetzt diese Allianz hier verlassen, die wir hier gebildet haben? Du klingst verlassen? Ah, ja, ja, ja. Ich habs... ist gut... Oh, 읽niere Benfall... Bebebe vide... he champagne zu.. Los gehts, Oh... Oh ja, Oh... Ist einfach ein Würfel... Oh heilige Scheiße! Nein nein es muss nicht einfach nur ein Würfel dazu sein, die Du 손 runter din질. Ihr Schiff hat die Infestation versucht, zu fliehen, aber wurde schnell überrascht. Exterminate alles an Bord, bevor es ein mehr populierten Sektor erreicht wird. Oh ne, nicht Jackal. Jackal habe ich gehasst. Fossa? Wo ist Fossa? Auf der Erde. Ne, auf der Venus. Achso. Fossa, Fossa. Wo liegt Fossa? Eben, auf der Venus. Ah, da. Ah. Jackal ist ein Roboter? Jackal ist ein Boss. Auf einem dieser Schiffe. Ah ja, Boss Fight Time. Ich mag's. Das willst du jetzt grad machen? Na, na, da mach ich ja Hunger. Okay. Ich kann dir gerne dabei helfen, der ist schwer. Auch ein Tee da muss man essen. Mittagessen? Abendessen. Abendessen, dachte ich mir. Abendessen. Tschüss. Tschüss. Es gibt selbstgemachtes Risotto. Wow, selbstgemacht. Wow. Selbstgemacht schmeckt's auch mal ne ganze Stufe besser, also, sagt man. Ich werd's rausfinden. Tschüss. Ich kann's dir am Blog drüber schreiben. Der Essensblog. Chris Naldors Essensblog. Drei Follower. Naldor macht's, genau. So will ich's dann nennen. Naldor macht's. Tschüss. Nee, das wär dein Koch. Äh, nicht dein... Ich dachte mehr so Essensreview. Die Naldor macht's wär so ein Koch... Kochsendung. Wieso flickern die manchmal so? Ich check es nicht. Hallo, ich... habe Vollgesundheit. Okay. Oh, ganze 14 Credits. Ihr verwöhnt mich hier ja. Und jetzt tolle Bienen. Ein toller Loot. Aber der ganze Bildschirm ist verdammt dunkel. Yippie, ich mag dunkle Bildschirme. Sie sind das Beste überhaupt. So. So viel Loot überall. Kann ich das nicht abschließen? Blablablabla. Ich mag, dass mein... Spezialauftrag ist, besiege 30 Gegner. Und die Mission ist, besiege 71 Gegner. Ist richtig gut gemacht. Ist voll so herausfordernd und so. Ich weiß nicht, ob ich's schaffen kann. Genau 30... Nee, genau 30 Gegner schaffe ich gar nicht. Hilfe! Ich kann es nicht schaffen. Oh, hallo, Juni. Geht bitte alle sterben. Oh je. Plus 2 Gesundheit. Ich mag plus 2 Gesundheit. So geht's. Verrecken. Juni, du hältst was aus. Du hörst wirklich was aus. Hä? Was läuft jetzt grad? Es liegt ja immer noch. Wir hatten sie die Güte zu sterben. Danke. Wir hatten die Güte zu sterben. Danke. Seit 100 Jahren. Es gab nichts. Jetzt das. Wo haben die Grineer diese Güte gefunden? Oh, das war aber elegant, mein Herr. 10 von 10 Punkten. Oh. 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 Eine Drenit abhole. Ich liebe es. Oh. Oh. Morphide. Ich liebe es. Oh. Verriet und Steuermodule. Ich liebe es. Oh. Springen. Ich liebe es. Oh. Oh. Ich hab gefehlt. Oh. 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 Ich bin tot. Hallo? Hättest du hier ein Interesse an? Ich hab einen Stock ins Gesicht. Es mag vielleicht keine Gesundheitsvorkommen haben. Aber es ist nicht ungesund. Es stählt die Haut. Ich hab keine Ahnung was ich laber. Oh. Ich dachte du bist tot. Tut mir leid. Habe ich gleich behoben meinen Fehler. Bip bip. Hui. Jetzt können wir hier rum. Oh. Hier ist ja gar nichts. Langweilig. Oh. Hier ist was. Hallo. 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 Putra putra. Ja. Was müsstest du denn für einer? Tschüss. Jetzt bist du nämlich gar keiner mehr. Hey, du bist der Letzte Sagst du jetzt irgendwas? Ne, nur Ich muss jetzt einfach gehen Ich hab gar nichts gesagt Komm, vielleicht so Du hast es geschafft, sehr gut Jetzt zieh zu, dass du dich aus diesem gottverdammten Ort rausbegibst Bevor du noch infiziert wirst Einfach so ein, weißt du, ein, ein, ein Eine Linie von Dialog So, dass du das Gefühl hast, yippie, ich hab was geschafft Stattdessen, nö Langweilig Mission complete Excellent work, Tenno Okay, okay Entschuldigung, wir sind mit dir Was jetzt? Wir werden das zu unserem Vorteil nutzen, Tenno Ja, dies stammt aus einem von Dr. Tango's Berichten Die zuzellischen Testmarinen sind eingetroffen Die Testexemplare haben die vorherige Ladung schneller als erwartet aufgebraucht Es sollte vermerkt werden, dass die Marines, die am längsten überlebt haben Anhänger Ach, warte, warte, da war der Satz noch gar nicht zu Ende Sowas aber auch Die Befallenen sind anfällig für Feuer Ich habe dir eine Mord mit Feuerschaden zu kommen lassen Die du in deinen Nahkampfwaffen installieren kannst Ihr solltet dir eine kommende Mission helfen, Lotus Sehr gut Oh, ich bin seit über einer Stunde Bitte, bitte leg deine Pause ein Bitte, 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 bitte 着agaboo der Lotus möchte dir diese Mod erdieben. und bald nur, jetzt! balden nur, immer hier Sind wir alle glücklich? ich bin glücklich Mh. 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 Hier. Schämtlich könnte ich eigentlich in Orokinzellen Dings... ...Gedönungscamp... ...ge... ...ge... ...kaufen. Oh, warte, war Flutino. So ein Müll aber auch. Naja, bis zum nächsten Mal. War Luke.